Vorsicht bei nüchternem Magen Häufig gehört Obst zu einem gesunden Start in den Tag dazu. Viele greifen dabei zu Bananen, um den ersten Hunger zu stillen. Doch ist es gesund, das Obst auf nüchternen Magen zu essen? Sprichwörtlich sollte man frühstücken wie ein Kaiser. Allerdings haben viele Berufstätige morgens wenig Zeit, um in Ruhe ein ausgiebiges Frühstück zu genießen. Sie greifen dann rasch zur Banane, um nicht mit komplett leerem Magen in den Tag zu starten. Doch ist das wirklich so gut? Bananen enthalten mehr Zucker als anderes Obst wie Äpfel oder Birnen und liefern dem Körper schnell Energie. Gerade Sportler wissen den Effekt sehr zu schätzen. Die Sportler haben dann neue Kraft, der sie direkt umsetzen können. Nach einem Bananenfrühstück ist aber gerade dieser Effekt nicht erwünscht. Erst schnellt der Blutzuckerspiegel in die Höhe, um dann rasch zu fallen. Der erste Hunger kommt dann schon vor dem Lunch. Und mit dem Hunger kommt auch die Müdigkeit. Bananen eignen sich daher nicht gut, um bis zum Mittagessen fit zu bleiben. Die Banane darf aber nicht unterschätzt werden. Immerhin enthält sie viel Vitamin B6 und Kalium. Diese gesunden Stoffe kann der Magen aber nur dann effizient verarbeiten, wenn sie zusammen mit anderer Nahrung aufgenommen werden. In einem Müsli entfalten Bananen ihr ganzes Potenzial, Quelle, Westend 61 Schrägstrich Imago. Wenn sie also nicht auf die Banane zum Frühstück verzichten wollen, dann kombinieren sie das leckere Obst mit einem Müsli, mit Joghurt oder Nüssen. Dann kann die Banane ihr ganzes Potenzial entfalten. A, E, G, K, L, P.